guten tag und herzlich willkommen wieder zurück zu gta online so wir probieren unseren silvester raketenschuss heute mal ein bisschen aus schön dazu gepatcht worden natürlich habe ich tactics auch wieder am start genau willkommen auch noch von meiner seite unser silvester special genau habe ich nur noch zwei raketen ich habe noch 11 alle raushauen hier und es kommt heute noch mehr weil es ja hier auch so schön schneit momentan in liberty city muss man das natürlich auch ausnutzen genau so ja genau deswegen so glatt auch was überlegt was kann man überlegt lieber img eine kleine schneeballschlacht ein deathmatch schneeballschlacht genau und zwar habe ich mir eben die mühe gemacht und habe mir schnell so eine kleine nein 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 das explodiert nein sonst kommen wir nicht runter wir kommen immer runter nein nein wirft da schneebälle hin wirklich vielleicht geht das ja schneebälle wo sind sie olivia scheiße oder ich habe keine mehr nein okay das ding ist man im arsch kriegst es ja eh gezahlt du penner du komm mal her komm mal du ja jetzt die richtige schneeballschlacht hier ja genau ich habe mir nämlich die mühe gemacht hat mir so eine kleine schneeballschlacht map erstellt es hat es war ein bisschen kompliziert aber ich habe es geschafft ja wir sind alle stolz auf dich danke danke ich klopfe immer auf die schulter ich klopfe immer auf die schulter ja so die ganze community feiert dich ach danke 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 nein es reicht es reicht ja ja eigenglob stinkt oh man ich denke aber trotzdem nicht ich hab's ich kann es warte so kürzlich gespielt deathmatch schneeballschlacht da ist sogar meine meine erste eigene map oder mission fresh bin stolz auf mich super dann lad mich auch noch bitte ein ja dann können wir zehn minuten ja manchmal zehn minuten zehn minuten weil schneeballschlacht so eine kurze schneeballschlacht macht ja keine laune aber nicht mit dem gelben schnee werfen der ist ein bisschen ekelhaft das ganze der nacht oder mittag mittag oder mittag feste und aufnehmbare genau weil es keine waffen auf der map dann das radio ausmachen ohne feste ohne feste nee nee man muss das kann man nicht anders das ist das blöde man hat zwar ein kanister aber mit dem kann man eh nichts machen ich hatte keinen schneeball mehr radio aus so auszusehen dem abonnenten eine reingedonnert wollte ich nicht sorry hey jetzt wirft er mich hier mit schneeballen an so ich hab dich eingeladen ja was handy brauche ich hast du bekommen ja zum glück endlich wir haben es eben nämlich schon versucht wir wollten ihn kurz testen und da hat es nicht geklappt ja deswegen deswegen habe ich sie alleine ich habe die alleine schon ausgetestet und die ist echt cool mitten auf der autobahn du bist ja krass drauf ja du bist zentral drauf ja ja oder join schon welche nach das ist cool bei schneeballschlacht sind alle echt dabei ups damit wir jetzt wieder das mikro ausstellen und ich merke wieder dass ich so unvorbereitet bin dass ich gar kein spiele sound habe das ist blöd ich mach das mal schnell ran ja mach mal mir tut das ohr schon weh ich warte hier schon eine stunde bis technik endlich mal klar kommt das bin ich ich ach so das ist ein böser zwilling genau genau weil ich würde sowas nicht machen nee nee stimmt stimmt habe ich ja vergessen ich würde sowas nicht machen mensch du doch nicht mach sowas nicht so in 25 sekunden geht es los ist halt blöd dass ich da nicht noch leute einladen kann cool das ist halt schade kommt immer darauf an wer die mission startet und dieses mal ist es halt tactics da kann ich halt meine leute nicht so leicht rein nehmen wenn ich dann wieder mal eine session start dann lade ich meine leute ein aber hey wir haben spaß und ihr könnt natürlich zu sehen und das ist natürlich das beste ja noch nicht bewertet das finde ich cool so eine panzerung wäre vielleicht nicht schlecht ja die habe ich auch so sonst bin ich auch bereit ich wäre bereit 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 und ja die sind hier so der hat schon diese strumpfhosen maske ist auch ein bisschen weinheit weihnachtlich er ist komplett in rot gekleidet auch nicht schlecht mit weihnachtsmütze alles recht schön ist ein schönes update muss man ja irgendwo zugeben ja der hat schon was einfallen lassen ja das update ist echt lustig aber wir sind ja echt relativ nah zusammen und alles ja ja guck mal in die verkehrte richtung so schneebälle aufsammeln so schnell wie möglich deswegen bewegt sich auch gerade gar keiner ja so ein bisschen näher kommen so ich werfe ein schon ab ah scheiße er bewegt sich ich habe da um gemacht habe ich nicht er ist umgefallen wenn du wenn du ihn gegen tropf kopf trist dann fällt er um oh shit nee nee nicht schlagen nicht schlagen nicht schlagen nicht schlagen als erstes gestorben ja schlagen ist ein bisschen blöd das wollen das wollten wir eigentlich vermeiden das ist halt naja ist ja mein gott also es klappt trotzdem so wie es geplant ist weil alle ja ganz gut mitmachen ja so ich habe einen gekillt das ist schon mal ganz cool super ich spawn hier voll weit weg das ist ja voll mies wo denn ah ja ich habe ich muss das so verteilen weil 16 leute und so ja da musste 27 spons verteilen ja das sieht so geil aus wie weihnachten das ist eine schneeballschlacht für große jungs nein ich habe kein schneeball noch und ich bin tot ich will das nicht nein 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 er trifft mich nicht er trifft mich nicht er trifft mich nicht er trifft mich nicht yes ich habe jemanden getötet ich verstecke mich jetzt einfach hinter dieser mauer und sammeln schneebälle auf das ist voll ja das ist immer derselbe die ganze zeit ja wer wirft mich hier an ich habe nur noch vier bälle nee das ist das ist blöd ja jetzt werfen wir den ab der hier schlagen will nee ich gehe jetzt einfach auf start und kick den mal raus ah das kannst du ja ja ist ja cool das machst du mal weil es ist nicht so geplant das ist echt blöd bringt gar kein spaß ja ehrlich nicht so ich werfe von hinten mit den schneebällen wo kann man das machen glaube man muss auf select gedrückt hat das hat mir mal irgendjemand erklärt so sind ach komm nicht treten alter wie das nervt alter aber wenn die leute mitmachen ist es ziemlich lustig ja und bei mir seht ihr gerade relativ wenig aber es gibt zu viel die sich einfach nur schlägern so ich habe hier ein kill gemacht auch nicht schlecht mein schneebällen naja das hätte besser abgesprochen gehört weißt du was machen kannst du kannst mal auf start gehen dann kannst du auf online gehen online ja dann steht da spieler wo ich wurde gerade niedergeschlagen ja wenn du gleich irgendwie außen spawns dann gehst du auf spieler und dann steht der name m mr irgendwie irgendwas und dann kriegst du ihn einfach raus einfach rauswerfen online spieler mr irgendwas genau da ist keiner drin mit mr irgendwas m mc mk 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 irgendwie so rauswerfen oder ja okay wird gemacht hat eh schon so ein kick symbol ja ja weil ich ihn schon kicken wollte so ich sammle hallo kino schneebälle also muss ich noch aktivieren kann ich auch keine einsammeln ah es es schlagen so viele so doof jetzt ja aber man kann sie kapieren das finde ich schon cool ja also hier glaubt die kloppen nur die leute zusammen die inwills schlägern ja genau das ist gut und ansonsten machen ja nicht ganz gut mit ja genau das finde ich schon nice so voll lustig irgendwie gerade ja ist es auch nur mit schneebällen so jemanden töten kunst ja der bewegt sich ja auch das blöde ist man kann oder ein hat sie richtig von hinten an mich herangeschlichen wollte mich abwerfen aber ich habe ihn gerade gesehen und bin weggelaufen ist ja dann gut das war der klau was schneebölle schneebölle ah endlich er kapiert danke irgendwie treten sich die ganze zeit hier wieder gehört sich nicht leute auch mann heute macht doch einfach ordentlich einmal mit ja naja ist ja wurst aber spaß mit uns aber nee 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 du musst mal du musst mal darauf achten mich treten die nicht ne nee nee gar nicht noch nicht ein einziges mal wurde ich getreten ich schon echt wir haben uns gleich gleichzeitig umgebracht ist ja auch geil okay mk kommen schon wieder aber er kapiert jetzt auch mit den schneebällen bestens oder auch nicht er hat mich doch niedergetreten naja man müsste sich jetzt mal vorstellen dass hier einfach 16 leute drin sind die wirklich nur schneebälle werfen ja genau das wäre übelst lustig ich packe euch die mission mal in die beschreibung damit ihr euch die hinzufügen könnt und das ist irgendwie mit freunden ja ein bisschen bisschen spaß haben können spaß haben und jetzt tritt nämlich auch noch nein aber da muss man sich echt gut absprechen wir bräuchten da ein paar mehr leute die alle hier ja auf jeden fall die hier auch wissen was hier abgeht das ist jetzt irgendwie so ein box kampf geworden ja weil die leute mit den schneebällen einfach nicht umgehen können und eine schneeball schlacht ist halt wirklich lustiger naja naja nicht ja was machen vielleicht probieren wir es irgendwann heute später noch mal vielleicht kriegen wir es ja dann hin auf jeden fall so eine kleine taktik du musst warten wenn sich zwei leute irgendwie schlagen oder so musst du kurz über abwarten und dann einfach dazwischen werfen wie mich das nervt hau ab der will einfach nur gewinnen das finde ich so kacke ja das ist blöd aber er packt sich auch schneebälle ab und an mal och mensch kommt leute es heißt doch extra schneeball und schneeball schlacht oder oder steht da irgendwie box kampf nein leute lesen lesen wer lesen kann ist klar im vorteil oder wie heißt das ja ja gut wir könnten auch amis oder engländer hier auf dem server mit oben haben ich habe jetzt zwei kills mit den scheiß schneeball gemacht ich habe fünf alter ist von hier genau in der mitte und kriegt sofort ein schneeball an kopf man kommen es bringt keinen spaß mit augen wenn solche sachen kommen habe ich mag man gar keinen bock mehr so komm schon das sind immer diese spielverderber und dann überlegen wir auch in zukunft ob ich dann auch wirklich alle mit einladen oder nicht weil sowas müssen wir uns echt nicht geben finde ich oder meinst du nicht wirklich da nehmen wir wirklich random leute vor allem wenn wir uns so was cooles überlegen wie eine schneeball schlacht ja genau ich schreibe dann einfach den leuten die mitmachen können bei skype und dann ist es auch erledigt weil da brauche ich nicht random einfach leute einladen die nicht bescheid wissen dann sind wir auch beide auf der sicheren seite ja aber egal ja wir haben trotzdem unseren spaß ja wir machen da so eine mission und wenn es nicht funktioniert funktioniert es einfach nicht aber es ist eine schöne idee dahinter ist macht spaß kann man nichts sagen und es klappt ja auch soweit irgendwo klappt es ja auch ja also ich mach zwar nur zwei kills bis jetzt und der eine der andauernd hier schlägert der ist natürlich vorne da soll er sich ein ast freund ist es mir auch scheißegal wir haben hier spaß und so soll es eigentlich auch in gta sein wieder gestorben so ich wo spawne ich eigentlich voll weit außen ne 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 nicht schlägern nicht schlägern verfluchte axt dann laufe ich einfach nur weg mir auch wurst so ich greife mir dann meine schneebälle so jemanden ab und ich bin grad irgendwie voll ruhig ich weiß was ich sagen soll ja wie kann man hier noch mal so eine seitwärts rolle machen gar nicht mehr ich überlege auch gerade weil die bär vielleicht vom vorteil bei dem ganzen schnee wenn du wenn du grad zielst mit er ne l2 und wenn du nach links gehst oder nach rechts sondern viereck drückst okay hast du ja ich wollte gerade zuschlagen so da vorne laufen noch ein paar wir wollen mich alle irgendwie beschützen habe ich das gefühl weil die die mich angreifen werden angegriffen und gekillt finde ich auch gut und wie läuft es bei dir ich habe jetzt gerade fünf kills alter ich habe nur drei ja der ist ja geflogen alter komm nein mir ging die schneebälle aus mach mir das nervt einfach rennt nur rum rennt zwei leide rum und boxen sich nur naja war die idee aber naja eine ausführung vielleicht hätte es besser laufen müssen auf jeden fall aber es hat spaß gemacht und das ist es genau wert und dann sind wir auch fertig für heute wir bedanken uns ihr könnt uns immer noch challenge vorschläge schicken genau in die kommentare schreiben wir freuen uns über jede challenge und ja genau ich habe ansonsten auch mal vorbei und bis zum nächsten mal dann sage ich tschüss und bis zum nächsten mal